Hallo! Guck mal, Theo und Pia diskutieren darüber, wie sie ein paar Wörter mit einem langen I-Laut schreiben sollen. Sie sind sich nicht mehr sicher und brauchen Hilfe. Deshalb wollen wir uns heute nochmal genau ansehen, wie man Wörter mit langem I-Laut schreibt. Machst du mit? Pia hat eine Liste mit Wörtern, die alle einen langen I-Laut in der Mitte haben. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, den langen I-Laut zu schreiben. Entweder I-E oder I-H oder I-E-H oder einfach I. Pia weiß schon ein paar Beispiele für Wörter mit I-E. Die Liebe, Verlieren oder der Dieb. Wenn du ein langes I hörst, ist das die häufigste Schreibweise. Dir fallen bestimmt noch viele andere Wörter ein, die man mit I-E schreibt. Spielen, viel oder das Ziel zum Beispiel. Wenn du ein langes I am Wortende hörst, steht immer I-E, wie in Chemie, Nie oder Wie. Jetzt schauen wir uns ein paar Wörter an, die alle mit I-H geschrieben werden. Im Deutschen gibt es nur wenige Wörter mit Dehnungs-H nach dem I. Das wissen Theo und Pia. Ihm, ihn, ihr, ihre, ihres, ihrer, ihren, ihrem, ihnen. Das sind alles Pronomen oder auch Fürwörter genannt. Das kann man sich leicht merken. Mit I-E-H gibt es auch nur sehr wenige Wörter. Es sind die folgenden vier und ihre Formen. Das Vieh, fliehen, ziehen, wieren. Außerdem gibt es noch ein paar Verben, in deren gebeugten Formen ein I-E-H auftaucht. Hier ein paar Beispiele. Diese Wörter musst du dir gut merken. Dann gibt es noch eine Reihe von Wörtern, die meistens aus anderen Sprachen stammen, bei denen der lange I-Laut mit einfachem I geschrieben wird. Hier kannst du dir die Regel merken, dass Wörter auf die Endung I-NE immer mit einfachem I geschrieben werden. Die Apfelsine. Die Mandarine. Die Maschine. Und hier noch drei Beispiele für Fremdwörter mit einfachem I. Am besten merkst du dir solche Wörter gut. Der Tiger. Das Kino. Das Klima. Wir fassen nochmal das Wichtigste zur Schreibweise von langgesprochenem I zusammen. Die meisten Wörter mit einem langen I werden mit I-E geschrieben. Pronomen wie ihr, ihre, ihm schreibt man mit I-H. Wörter auf I-NE werden mit einfachem I geschrieben, sowie auch einige andere Fremdwörter. Mit I-E-H gibt es nur sehr wenige Wörter, die leicht zu merken sind. Jetzt wissen Theo und Pia Bescheid, wie sie Wörter mit langem I schreiben sollen. Im Zweifelsfall schauen sie im Wörterbuch nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.